Ich bin wieder mit Shia Levkevic von Super Ruder. Shia! Jetzt gehen wir mal an die Reden von Sarah, ein wichtiger Neues. Der Neues ist Septic. Ich brauche schon Verkaufsachhase mit Septic. In Manchester, in Jackson. Menschen wollen wissen, was das ist. Menschen machen das erschreckendig geworden. Menschen fragen, was, Septic? Nein, ich steuere Warte von dem. Shia, die hat das Sach-Experience mit Septic. Was kannst du denn sagen wegen Septic? Okay. Geht mir vor allem, was machst du? Ähm, ich will noch ein bisschen wasen. Ich will noch ein bisschen nachdenken. Ich will noch ein bisschen nachdenken. Geht mir mit nachdenken, aber auch auf. Mein Feedback ist unglaublich. Aber was das einfach wenn ich die richtige Lage habe habe, kann ich immer ein paar Leute nachdenken. Die wissen was, was ich nicht selbst als ein Septic. Menschen wollen nach der Hohse ist, was das ein hot Septic. Dezich, wenn ich schnell hvad der Septic System arme. Ich verwende die Wasser, was wir in der Hohse ist. Was wir zusammen so, und die verlassenen, wir tun das, wenden die Sie auf die Ein CV. Die ist mit einemltdropen, Wenn das eine Saat nachdenken ist. Und du es mit der Saat nachdenken. Dann gehen wir da und die Saat nachdenken. Dann lüten wir in die Säat nachdenken, und die dort dasa in die Saat nachdenken. Das sind viele septic-tanks, die haben sich geöffnet von einem. Für dich geht das Wasser in die aktuelle Wasser. Nur das Wasser geht in die tank, geht in die spezielle Pipe, eine Leachfield heißt das. Die Leachfield weiß ich wie sie ist, sie lasst das Wasser in die Pipe und trinkt sich auch in die aktuelle Pipe. Wie läuft die Pipe? Wie läuft die Pipe? Sie läuft in die septic-tank, sie wird ausgespreit in den Menschen. Menschen dürfen wissen, dass man nicht ausgesprochen hat, dass man nicht ausgesprochen hat. Die Idee ist, dass man Wasser in die Pipe von der septic-tank sitzt. Andere Sachen müssen wir wissen, die Menschen bringen wegen Wipes, man kann es nicht benutzen, man kann es nicht benutzen. Das ist sehr schwer zu suchen. Die Sache ist, man darf es pumpen. Verwurz, weil die Salad von der tank bleibt oben sitzen in der tank, das Wasser bleibt unten. Das Wasser geht in die Leachfield. Das Wasser geht in die Pipe von der Pipe. Die Pipe von der Pipe werden gepumpt, die Pipe von der Pipe von der Klosse und die Pipe von der Pipe von der Pipe. Sie werden von anderen Problemen verwendet. Aber das ist ein bisschen ein bisschen, wenn man das eher feinigt hat, er macht das, er pumpt uns. Das ist ein bisschen schmutzende Salz, das liegt ganz gut in dem Tank. Ja, das hat sie gemacht, das ist ein bisschen geschehen, das bleibt nicht weg. Aber das ist das, man darf die Plane-Maintenance. Am Ende hatte ich so ein bisschen bei den ganzen Pipe von der Pipe, die mit anderen Pipe sind und anderen Pipe, ich stelle das nicht, eine Jüdische Pipe, ich will das auch wissen, aber ich weiß nicht, wenn ich eine Menschen verabschiede, ich habe mich in den Kammat. Jeder einzige, wenn ich Menschen verabschiede, wer ist, wer ist, wer ist. Ich habe keine Jüdische Pipe, ich möchte das wissen, auf dem einen Pipe von der Pipe, ich habe einen Pipe auf der Weg, das Pipe und Pipe Säptik, Maintanzen Säptik, ich meine mich kann mit, Ich habe es gehalten, dass man über jeden sagt. Aber es ist wichtig zu wissen. Wenn man auf der Haus landen will, oder man muss sich daran, oder anything mit septic, dann kann man auch testen. Man kann testen, wenn man es closed ist, kann man sehen, dass die septic funktioniert. Man kann etwas zieligen in der septic, oder nicht. Man kann etwas fixen. Man kann testen, man kann zwei, drei hinder, man kann größere Sachen. Es ist wichtig zu wissen. Menschen kommen, ich habe schon jüngst, ich habe schon alle, um mich auszufügen, was es geschehen, was es geht, man kann sich helfen. Aber septic ist nicht so schrecklich gedacht, aber ein Mensch weiß, wie es ist, und wie es geht zu nehmen. So, Schi, wann kommst du hier an der picture? 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 Ja, ich komm hier an der picture, weil ein Mensch weiß, dass es gut ist. Ein Mensch weiß, dass alles verletzt ist, dass alles gut ist. Menschen kommen, wo es geht vor? Ich komme aus Europa, und ich habe auch eine Frage. Hab septic oder nicht, ich frage habe ich Menschen. Tell man auf der septic, der nächste Frage ist wenn es losgerissen ist, wenn es losgerissen ist der letzte Mal, er weiß es nicht, er weiß es nicht, ob es ist die Frage, Das Problem ist dann nicht bei der extra septic. Bis der septic, wenn man aufstappt in der Liste, es hat man auf eine Inneigung. So basically, wenn man keine Probleme hat, outside, inside, sewer. Das kann man nicht mehr machen. Das ist gut.